Wie funktioniert denn das? Okay. Ah, okay, nach den Zahlen geordnet. Okay. Ja, Benjamin Franklin hat uns ja darum gebeten, seine Alma nachher, wenn wir welche sehen, zu ihm zu bringen. Und die flattern random durch die Luft. Und wir müssen sie halt dann fangen. Wenn wir welche sehen, natürlich. Ich sollte ja, glaube ich, da rein, oder? Als nächste Aufgabe. Ich schaue mal, was ich für eine Aufgabe habe jetzt. Äh. Die Alma nachseite ist verloren. Kehren sie später zurück, um sie wiederzufinden. Ach, da war eine. Animus Training Center Option. Ah ja, ich kann ja mal ganz kurz hier, äh, die Grafikeinstellung etwas runterdrehen. Damit, äh, Umgebungsqualität nochmal auf hoch. So. Fortsetzen. Okay. Eingefallen. Oh, jetzt habe ich jetzt mein Schwert gezogen. Ah, okay. Oh, yeah. So. Gehen wir mal da rein. Tür öffnen. Eingefallen. Scheint eine Missinion zu sein. So. Ah ja, unsere Koffer, äh, unser Ding, Zeug. Nichts nutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht umgelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja. Natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ja. Ich lasse euer Gepäck nach oben. Die Frau. Benötigt ihr sonst da irgendetwas? Nur wohl. Sehr wohl. Charles Lee folgen. Okay. Schönes, kleines Gasthaus. Naja, so klein ist es nicht, aber trotzdem. Schön. So, William Johnson. Ein Vergnügen. Heil. Guter Junge. Vielleicht haben wir nicht Angst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Wann finden wir sie? Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Pommes Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Banditen töten. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Okay. Animas Datenbank. William Johnson. Drüber. Ach, ich kann hier drin nicht rennen, okay. Gehen wir mal zu diesem Banditenlager. Bis später. Ich komme heute Abend wieder. So. Können wir unser Pferd jetzt benutzen? Oder ist es nicht unser Pferd? Oder werden wir ihn teleportiert? Wir werden ihn teleportiert. Okay. Rennen wir mal zu dem Typ da. Tag. Mission starten. Johnsons Boten ginge. Er boten gang. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Hayden Kenway. Müsste ich euch denn kennen? Zeige etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Es sind so viele für mich. Ich überlege, wie ich die Erlumpen klein kriege. Ich habe eine Idee. Ich töte den Ausguck, beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, das Geschick ist. Okay. Klingt nach einem Plan. Drücken Sie Kuh, um zu schießen. Muss ich jetzt? Okay, muss ich. Boom. Hört, da fällt er. So, erstmal da hoch. Zack. Sneaky, sneak. Söldner mit Feuerwaffen eliminieren, okay. Um meine Waffe aufzuheben. Okay. Okay. Nachladen, los. Okay. Oh, kacke. Äh, Hilfe. Ich glaube, ich sollte die überraschen und nicht einfach reinspringen. Äh, reinsprinten, aber... Zurück, zurück, drinnen sind wir sicher! Naja. Also, haben wir es auf die andere Art gelöst. Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Wo drauf? Auf... Achso, okay, auf die Fässer. Ah, da unten hin, okay. Boom! Vorstellung geht weiter! So, kann ich jetzt bitte mal, ähm, außenrum oder sowas? Da oben rum. Ah, okay, die waren schlau, okay. Runter. Kuligas. Die gestohlene Truhe zurückholen. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind sicher. Oder? So, ein Objekt aufheben. Ach. Okay. Ich kann nicht zählen, okay. Alter, wie die Typen rangehen. Oh, fuck, die falsche Waffe. Na ja, jetzt haben wir die niedergeboxt, statt es schwer zu benutzen. Was auch immer. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich hab keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber die Zahlgutalbe erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Seid nichts. Sie wissen es. Boom. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. So, plündern. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. What? Ich wollte ihn doch nicht tragen. Weg mit dir. Muss was gedrückt halten zum Plündern, oder? Ja, muss man. Okay. Was, ich will alle plündern, wenn dann... Auch Geld. Da stand, es gibt bessere Waffen jetzt. Rauchbomben, eine. Wow. Was war das? Oh. Kacke, ich glaube, die haben Probleme. Zack. Okay, den haben wir auch. Alle? Alle. Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Chance, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Charles hat ein bisschen Schaden genommen. Da hinten rennt schon einer mit einer Knarre rum. Ich gehe mal lieber vor, wenn wieder Banditen oder die Gauner da kommen, dass wir dann... Die gehen durch die Maisfelder und wollen uns flankieren, oder was? Hat sich zumindest so angehört. Wo? Mist, ich wollte doch nicht klettern. Kacke. Kacke. Zack. Okay. Ach du Scheiße. Oh, es hat nicht geklappt. Okay, dann müssen wir es wohl auf die harte Tour machen. Zack. So. So. Okay, jetzt glaube ich, ich weiß nicht, wie das System, Kampfsystem funktioniert so langsam. Ähm... Ach, ich wollte die Paffe gar nicht ziehen. Oh, die Kuh sieht aber mager aus. Was war das, Charles? Einfach mal so ein bisschen auf der Stelle gedreht. Okay. Au. Tut ihn. Kacke. Da habe ich zu spät reagiert. Boom. Na, wer will. Gut, jetzt komme ich langsam besser zurecht, okay. Da ist noch einer. Scheiße. Scheiße. Da oben sind aber noch welche. Nee, da muss ich näher ran für die Knarre. Ach, jetzt muss er nachladen. Kacke. Ah, doch, hat ihn erwischt. Okay, gut. Oh, yeah. Das sind aber noch Feinde, oder? Charles hat fast nur noch Hälfte, die Hälfte vom Leben. Aua. Wo? Ah, auf dem Dach, das war klar. Wow. Na komm. Du willst etwas, ein Stück von mir? Ah. Ah. So. Puh. Na, ich dachte, ich kann das Feld besteigen. Naja, zur Markierung gehen. Oi. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Danke schön. Danke, Master Kenway. Kanyen Kehaka. Kanyen Kehaka. Kanyen Kehaka. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und könnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Mhm. Johnsons Botengang. Mission erneut spielen möchte ich jetzt gerade nicht. Nein. 100 von... Ah, 125 von 170. Okay. Ich habe ja nicht alle mit den Pistolen... Ich habe... Ich habe nicht 10 Stück mit der Pistole erledigt. Deswegen. Äh. Moment mal. Kann ich irgendwie speichern? Ah, die muss verlassen. Ungespeicherte Fortschritt geht verloren. Wie kann man denn speichern? Kann man irgendwie den Optionen sehen? Kann man irgendwie schnell speichern? Steuerung? Ne. Hm. Geräte, Schnellinventar, Pause, präziser Modus. Rekrut-Menü-Modus auffällig. Waffen-Auswahl, vorwärts bewegen, rückwärts nach links. Kamera. Kamera zu... Ne, gibt kein Schnellspeichern-Knopf oder sowas. Aber das muss man irgendwie... Was ist, wenn ich zurückkehre? Na, in die Gegenwart? Ich trau mich nicht. Ich kann nicht speichern. Ein Spiel spielen. Ja, schauen wir uns mal hier um. Was wir hier machen können. Du auch spiel spielen? Ein Spiel spielen. Ich möchte jetzt aber kein Spiel spielen. Das machen wir mal wann anders. Gehen wir mal hoch. Da, wo wir gerade hergekommen sind. Vielleicht können wir uns irgendwie ins Bett legen und speichern oder sowas. Ich weiß es nicht. In unserem eigenen Zimmer. Ich weiß nicht, welches unser Zimmer ist. Ob wir überhaupt ein Zimmer haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde gerne rennen können. Kann ich aber nicht. Hm. Was liegt denn da? Was ist denn das? Ein Besen? Ich weiß nicht, wie man speichert. Das ist unsere Mission. Was können wir mit dem Adlerauge machen? Personen sehen. Naja, ich gucke mal, wie man speichert. Und das war es dann auch für diese Aufnahme. Ich brenne dann gleich mal die Folgen und lade dann gleich mal eine hoch. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch die Videos gefallen haben, gebt den Videos einen Daumen hoch und oder abonniert mich. Also dann, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.